hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von endergames auf dem endermans server hier ich nehme wieder den barbarket weil die online kids beim normalen ding scheiße sind das ist meine zweite runde hier die ich aufnehmen das auch meine zweite runde die ich hier zocke ich habe vorhin noch eine runde aufgenommen also eigentlich die dritte runde könnte man sagen aber die ist einfach hier mit dem hacker verloren hier weil der immer hat gesehen der war hinter mir ich war hinter ihn und es schlägt einfach so auf den boden und auf einmal schickt er mich kaum so eine und lade ich nicht hoch und davor bin ohne besorgt einfach geleckt hat mit dieser es ist sechs uhr früh deswegen ist der server aus und der hallöchen leute also an die leute hier hier ich werde an diese kiste dort laufen ich weiß nicht ob die sauber haben die anfangszeit dauert mir so lange ok ok ich bin da sehr schön ich hoffe ich teleportiere mich nicht weg er hat direkt gelehrt kann noch nicht sein ist doch ein cheater also diese eine komische mod wie heißt ich weiß nicht mehr wie die heißt fällt mir nicht ein hier haben eigentlich barbarket ich verstehe es nicht wieso gut jeder hätte ein bisschen holz haben und dann frage ich mich ob die obere platte verschwinden verschwindet wie egal ich weiß nicht wieso ich mich das jetzt fragt einfach so aber ich frage mich dass ich einmal in die richtung dass man das abbauen ja kommt jetzt auf seine scheiße wer jetzt abbauen würde würde ich ja das bekommen was er gerade hier gebaut hat oder so beziehungsweise da ist einer mit der stein schwert ok ok lass mal in die richtung gehen ist hinter mir jemand nein da seine kiste ich glaube die ist noch voll ich hoffe mal ja richtig geraten ok hier schnell eisenbau eisenschwert haben wir jetzt eisenschwert so sehr schön ok die wunde wird ein bisschen langweilig was zu kämpfen und man sagt jetzt habe ich hier ich hatte solche abschlächer die stehen einfach in der ecke was soll man denn machen wenn man unter auf stift oder so drücken sagt man kann schaden oder so bin ich mir aber nicht sicher hier bei euch mal ein holz ab damit sie der wenn wir brauchen hier ding haben ok hallöchen nochmal der diamantschwert ok hier fischer weg und ich heiße mal ab hier damit wir hier hier und schnell hier auch hier hier wieder sage ich kann seit hier hier einrichten können hier ich nehme die menschwert in die hand dann werfe ich mal das oder hier weg das war darunter ok ich gehe mal rüber ok der ist hier das sieht gut aus für mich zum ersten mal sorry du hast mich wieder mal zum tode erschreckt wand einfach mal gegen die wand gelaufen hier ok habe ich bisschen wo kann ich wegläufe in der perle nehmen wir mal hier raus und dann wie eisen ok brauchen wir nicht also schweiz können wir hoch tun hier ist tun wir mal dahin bist du mir dahin einfach so tun wir brot hier raus ok könnte sein dass wir die runde gewinnen aber mit loserhaft bisschen hier weil ich hier nicht kämpfe aber jetzt können wir gleich zum kampf gehen ich brauche nur noch bogen und 27 feine hier das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht ich weiß 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 okay er ist da hier noch mal okay es bleibt da stehen ich will das hier raus nehmen und schauen wir mal ab wie das für eine rüstung erler haben er bringt sich einfach selber so ein idiot was hat das für ein idiot ok hier sehr weit entfernt ich werfe mal alles weg was ich nicht brauche er hatte wolle er hat einfach reisgelt wollen und gibt auch ich würde niemals mit voll aufgeben hier wollte geht mir aber wolle hat gewinnt man immer ok sehr gut hier goldener apfel bekomme ich aber nicht weil ich hier nicht glaube ich die keter oder was man 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 ich habe mich recht in die hose ok doch nicht reisen ding hier und hier habe ich noch mal eisen eisen für was dann dauert hier eisen für schuhe hier ich zitter mein leben obwohl ich hier gar nichts machen und immer noch gewinne 241 blöcke ok ich bin gesichert für eine kurze zeit hier was nehmen wir ich nehme und hier hin wer ist das weg das weg das weg das weg das weg das weg ok jeder ist sehr weit weg beziehungsweise er ist weg hier wollen wir ganz nach oben damit wir wissen dass es wolle ist ich verwechselt sonst immer weg 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 und es eben noch drei leute das machen wir jetzt mal wie kann ich mir jetzt mal an hier mit halbeisen rüstung nicht dein ernst nicht dein ernst wo ist mein lederstiefel hier nicht dein ernst nein nicht dein ernst ich habe hier einfach lederstiefel weg geworfen ok da machen wir hier noch mal hier behindert aktion können sagen mein herz punkt wie dieser das ist mir schon öfters passiert in den videos doch ich habe es immer später gemerkt ok gut da ist weg und zwar der fischer hd ist der nächste typ zu mir sage ich mal hier wasser tue ich mal der fischer hd hatte ich hier fischer hd ich glaube mal dass in der richtung ja erst in der richtung hier essen wir mal ein bisschen und schauen uns mal hier ein bisschen an wolle eisbahn ok hier werkbank kann ich mir mit den eisen ich habe doch hier voll eisen rüstung oder eisen reisen 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 ja diamant noch dazu wäre sehr gut aber finden wir glaube ich jetzt nicht hier in der hier ist alles immer gut immer nehmen wieso nicht ok ich komme er kommt zu meiner richtung ich komme in seine richtung eisen nehme ich mal mit ok brauche ich alles hier nicht ein ep er ist mir sehr nah er ist sehr sehr nah er ist übertrieben da er ist hinter mir wo ist er ich gegen ihn also ok er ist gut ok 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 war man hier erste spannende wunde wo ich vielleicht gewinnen könnte und habe verkackten ich habe nicht mal je einen umgebracht aber naja was man machen das ist halt wie gesagt ich hasse diesen server über alles deswegen werde ich nicht auch oft kommen hat die sagen weil er einfach immer nur leckt und übertrieben leckt hier weil es wenn ich also die wahrheit sage ich war gerade hier mit fünf leuten oder so zusammen auch in einer lobby und wir wurden einfach alles rausgekickt drei viermal haben wir versucht zu joiner hat gehängt und dann wurden wir alle vom ganzen server ganz rausgekickt einfach scheiß server muss man sagen und wieso sind die hier nicht gezündet das verstehe ich nicht aber gott wieso hat er ab ich habe solche lampen auf einerseits versteckte ich hätte er hat wenig leben jetzt besiegt euch doch als er endlich schönes game gut gehen da komm ich war eigentlich ein richtiger loser aber naja egal bis zum nächsten und aufwesend wenn ich dieses video gefallen haben lassen daumen hoch würde mir würde dieses video nicht gefallen eigentlich weil ich hier verkackt habe was spielen angeht was aber vielleicht unterhaltung angeht hat euch gefallen hätte mir vielleicht gefallen weil dann weiß man langweilig was auch nicht um sechs Uhr früh kann man ja nicht viel reden hier und ich bin immer noch nie müde deswegen weil ich höchstwahrscheinlich noch eine Runde 2 wegen es hat zu lange zu schnell geredet bis zum nächsten Mal auf wiedersehen bye bye